Fünf Jahre nach dem Unfalltod ihres geliebten Mannes ist Bianca Müller bereit für eine neue Beziehung. Über eine Kontaktanzeige in der Zeitung ist eine Partnervermittlungsagentur auf die Witwe aufmerksam geworden. Heute ist Agenturchefin Raffaela Wagner persönlich zu Besuch, um einen Vertrag mit der alleinstehenden Verkäuferin abzuschließen. Du hast so viel getrauert. Es ist wirklich an der Zeit, dass du jetzt wirklich mal den richtigen Mann wieder an deiner Seite hast. Du wirst doch auch nicht jünger. Ja, ich weiß, aber weißt du, 6.000 Euro ist schon halt ein großes Vermögen für mich. Das musst du mir nicht sagen. 6.000 Euro ist eine Menge Geld. Aber was willst du machen? Dein Leben ist noch lang und mit dem richtigen Partner an deiner Seite. Schau doch einfach nochmal in unseren Eltern. Ja, das mache ich jetzt. Du hattest doch da so einen netten, den Hannes. Ja, der Hannes war das. Mhm, wo war denn der nochmal? Ich glaube, das ist der ideale Partner für dich. Der weckt auch deine Interessen. Ja, auch das mit dem Tierschutz. Das gefällt mir total, ne? Ha, du hast ihn überblättert. Schau. Ach, da ist er ja. Genau. Schau mal, blond. Also, das ist wirklich der ideale Mann für dich. Wenn du jetzt unterschreibst, ja, du müsstest hier unterschreiben und dort und auf der anderen Seite. Ich könnte mich nachher sofort ins Büro setzen, einen Termin mit ihm vereinbaren. Vielleicht kannst du dich vielleicht zum Wochenende schon mit ihm treffen. Ja, natürlich, wenn er Zeit hat. Das ist wirklich kein Problem. Also, Reif, Raffaela, ich vertraue dir und ich unterschreibe jetzt. Okay? Ja, da steht deinem Glück nichts mehr im Wege. Das ist eine tolle Sache. So. Raffaela, jetzt bin ich aber wirklich pleite. Du hast dein Geld wirklich richtig investiert. Glaub mir. Bianca setzt große Hoffnungen in die Partnervermittlungsagentur und soll bereits drei Tage später ihren Wunschkandidaten Hannes kennenlernen. Doch der hat gestern abgesagt. Und deswegen bekommt sie heute von der Agentur-Ersatzmann Dietmar geschickt. Ach du Scheiße, das ist er. Oh, nee. Bianca? Äh, ja? Dietmar? Super, dass du draußen sitzt. Äh, wieso? Da kann ich wenigstens auch immer rauchen. Ah. Weil da drinnen darf man ja nicht mehr rauchen. Ja. Und seitdem dieses Rauchverbot ist innerhalb, äh... Mhm. Ja, also eigentlich, Dietmar, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe meinem Profil angegeben, dass ich nicht Trauerin bin. Und ich bin auf der Suche nach einem Mann, der auch nicht raucht. Ach so? Das ist nicht so mein Ding, ja. Na, wieso? Ja, ich finde Zigaretten widerlich, ja. Und, und, das stinkt, ja. Also... So doll stinkt das doch auch wieder nicht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie geraucht. Ja, geschweige denn, jemals anzufangen, also... Na, aber jeder fängt mal an. Nee, nee, definitiv mal nicht. Warum nicht? Ja, das ist... Das ist einfach widerlich. Das stinkt und, äh... Ach, weißt du was, Dietmar? Ja, was? Wir machen jetzt voll. Das klappt nicht zwischen uns. Warum denn nicht? Ähm, ich wünsche dir alles Gute bei deiner Partnerwahl. Wieso? Aber, Bianca, wie kannst du dich noch besser kennenlernen? Ja. Nee, du, lass mal gut sein, Junge, ja? Ciao. Ich habe explizit in meinem Partnerprofil angegeben, dass ich nicht Raucherin bin. Und was schicke die mir? Einen Kettenraucher. Am nächsten Tag ist Bianca mit ihrer besten Freundin und Kollegin Martina zum Kochen verabredet. Enttäuscht berichtet sie von dem verpatzten Date. Auch Biancas Tochter Vicky ist zu Hause. Die 20-Jährige hält nicht viel von der Männersuche über eine Partneragentur. Spätestens wenn die dir so einen Kettenraucher schicken wie neulich, musst du doch merken, dass die nicht ernsthaft für dich suchen. Aber weißt du, Vicky, jetzt habe ich so viel Geld bezahlt. Ja, eben. Und jetzt ziehe ich es auch durch, ja? Mensch, Vicky, das verstehst du einfach nicht. In unserem Alter lernt man einfach nicht überall irgendeinen Kerl kennen. Das mag bei dir anders sein. Du gehst in die Disco und lernst gleich zehn Stück kennen. Schwachsinn. Also erstens stimmt das nicht und zweitens muss ne Frau keinen Mann haben. Ne Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Schon mal gehört? Ach, Vicky, du mit deinen Manns-Misch-Fischen. Klar kann ne Frau ohne Mann auch glücklich sein, ja? Aber weißt du, ich bin jetzt so viele Jahre alleine und ich möchte einfach mal wieder einen Mann an meiner Seite haben. Ja, aber den triffst du doch so ganz bestimmt im wahren Leben. Man muss doch ganz schön verzweifelt sein, der Agentur so viel Geld in den Rachen zu schieben. Mensch. Für Raffaela ist sie doch die einsame, verzweifelte Witwe. Und das nutzt sie aus. Euch kann man nicht mehr helfen. Mama, kannst du dich bitte beeilen mit dem Essen? Ja, junges Fräulein, ja? Endermann, das ist deine Tonlage. Ey, das sind 6000 Euro, die meine Mutter in diese Partnervermittlung investiert hat. Wie kann sie denn nicht einsehen, wie viel Geld das ist? Das hätte man so viel besser investieren können. Wir waren schon ewig lang nicht mehr im Urlaub. Bianca kann die Wut ihrer Tochter zum Teil verstehen. Schließlich hat sie all ihre Ersparnisse in die Partneragentur gesteckt. Und dann war das erste Treffen auch noch ein kompletter Reinfall. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs, wie die Wahl Berlinerin feststellen muss. Guten Tag. Bianca Müller. Ähm, ja? Mein Name ist Uwe Bast. Ich komme von der Agentur endlich zu zweit. Sie haben da noch eine offene Rechnung. Was für eine Rechnung? Ich habe das schon alles bezahlt? 1.500 Euro? Das ist unmöglich. Also, das ist bestimmt ein Missverständnis, ja? Also, ich werde jetzt mal Raffaela da anrufen. Raffaela, anrufen bringt nichts. Sie hat mich höchstpersönlich hierher geschickt, um die Kohle einzutreiben. Ich habe nicht so viel Geld hier im Haus, ja? Also, wo soll ich das herholen? Zick jetzt hier nicht rum. Lass dir was einfallen. Bianca soll für das Ersatzdate mit Kettenraucher Dietmar 1.500 Euro zahlen. Und es kommt noch schlimmer. Denn Geldeintreiber Uwe Bast hat darauf bestanden, die Witwe zum Bankautomaten zu begleiten. Sorry, es tut mir leid, aber mein Dispo ist total überschritten diesen Monat. Ich habe kein Geld auf dem Konto. Das ist jetzt nicht mein Problem. Leider das Geld irgendwo. Sprich jemand an, besorg die Kohle. Hören Sie, ich werde alles versuchen, an das Geld ranzukommen, ja? Also, ich mache alles machtbar. Eine Woche, maximal eine Woche, dann ist die Kohle da. Ist die Kohle dann nicht da, bin ich nicht mehr der Gemütliche. Dann werde ich ungemütlich und dann möchtest du sicher nicht miterleben. Nee, also, ich besorge das Geld in einer Woche und dann machen wir das so, ja? In einer Woche ist die Kohle auf dem Tisch. Ciao. Ciao. Bianca ist eingeschüchtert, will die Angelegenheit aber trotzdem klären. Well, it gets so urgent. So urgent. Bereits eine halbe Stunde später steht die 42-jährige Witwe in der Partnervermittlungsagentur auf der Matte. Bianca kann sich die Rechnung für das missglückte Date nicht erklären und sucht bei Agenturchefin Raffaela Wagner nach Antworten. Die Frauen hatten von Anfang an ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Doch nun bleibt Raffaela knallhart und will Kohle sehen. Aber weißt du was? Ich dachte, dass wir Freundinnen sind und wenn ich ehrlich bin, ich will das Ganze gar nicht mehr. Ich will aus dem Vertrag raus. Dazu muss ich dir wirklich mal sagen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Das wirst du ja schon irgendwo mal gehört haben, ja? Und aus dem Vertrag, meine Liebe, da kommst du nicht mehr raus. Du solltest vielleicht auch mal das Kleingedruckte im Vertrag lesen. Und du hast unterschrieben, dass du auf dein Widerrufsrecht verzichtest. Nein. Ich hab das schwarz auf weiß. Geh nach Hause, lese es dir durch und dann werden wir ja sehen. Das ist unmöglich. Ja, wenn du der Meinung bist. Ich würde dich jetzt bitten, einfach mein Büro zu verlassen, weil ich hab Termine. Ja? Mach's gut. Bianca ist schockiert, dass sie einfach vor die Tür gesetzt wird. Doch so leicht gibt sie nicht auf. Bereits am nächsten Morgen hat die 42-Jährige einen Termin in der Kanzlei von Rechtsanwalt Bernd Römer. Die Witwe will gegen die Machenschaften der Single-Agentur vorgehen und sich nicht noch mehr Geld aus der Tasche ziehen lassen. Am liebsten würde sie sogar komplett von dem Vertrag zurücktreten. Und der Jurist hat auch schon eine Idee, wie das klappen könnte. Das ist ja ein Haustürgeschäft gewesen, was sie da abgeschlossen haben. Wissen Sie, was das heißt? Das ist ja bei Ihnen zu Hause gemacht worden, dieses Geschäft. Der Vertrag ist da zu Hause in einem geschützten Bereich auch zustande gekommen. Das ist eine besondere psychologische Situation für Sie auch gewesen. Und der Gesetzgeber hat dem Rechnung getragen, indem bei solchen Geschäften immer ein Widerrufsrecht gilt. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich schreibe jetzt an die Agentur, ich widerrufe diesen Vertragsabschluss und werde die auffordern, keine weiteren Forderungen mehr an Sie zu stellen. Ob wir noch von dem Geld was zurückkriegen, was Sie schon bezahlt haben, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal gucken. Das kommt drauf an. Eine Sache ist noch ganz wichtig. Und zwar, es kann sein, das habe ich auch schon erlebt, dass die Agenturen Ihnen auch nach dem Widerruf noch weiter irgendwelche Jungs schicken, irgendwelche Männer. Sie gehen darauf nicht ein, das ist ganz wichtig. Sie vermeiden jeden Kontakt, Sie erklären sofort, ich habe damit nichts mehr zu tun. Sie dürfen sich da auf nichts einlassen, sonst sagen die, wir haben wieder eine Leistung erbracht, die haben Sie angenommen und dafür kriegen Sie eine neue Rechnung. Und möglicherweise müssen Sie die dann zahlen. Durch das Gespräch mit dem Anwalt hat Bianca neue Hoffnung geschöpft. In der folgenden Woche versucht sich die Verkäuferin auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Doch ein mulmiges Gefühl bleibt, denn die vom Schuldeneintreiber gesetzte Frist ist vorgestern abgelaufen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hey Puppe, lass den Blödsinn, du weißt genau, warum ich hier bin. Ich habe der Sache meinen Anwalt gegeben und in Notfall geht es vor Gericht. Also lassen Sie mich bitte in Ruhe, ja? Wie wärst du denn erstmal mit Schulden bezahlen? Ich habe das Geld nicht. Hören Sie auf, mir ständig zu drohen. Weiß eigentlich dein Chef, dass du eine offene Rechnung hast wegen Männerdates? Das gehört nicht hierher, ja? Ich arbeite hier. Lassen Sie mich sprechen. Wer bist du denn, Puppe? Hören Sie mal, das Privatleben meiner Angestellten geht mich überhaupt nichts an. Und Sie wollen hier offensichtlich nichts kaufen, also verlassen Sie bitte sofort mein Leid. Hey, 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 wieso das denn? Weil Sie meine Angestellten belästigen und von der Arbeit abhalten. Raus jetzt hier. Raus, oder soll ich gleich die Polizei rufen? Raus! Ganz schnell! Freund, schon wenn ich dich hier nochmal erwische, werde ich die Eingang ins Null sehen. Ja, halt die Beifahrung. Raus! 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 Lass dich hier nie wieder blicken, du hast ja Ausverbot. Martina, du bist der Hammer! Das ist doch kein Problem. Oh, süß. Ich muss dich jetzt erstmal ablenken, ich hab was ganz geiles gebucht, ich muss dir das zeigen. Komm mit, komm mit, das bringt dich auf neue Gedanken. Ich finde wirklich, die Bianca sollte sich mal ein bisschen entspannen. Die Sache ist jetzt beim Anwalt, der kümmert sich da drum und ich denke mir, ich hab einen Single-Kurs gebucht zum Tanzen und vielleicht findet sie da ihren Prinzen und kommt auf andere Gedanken. Drei Tage später startet der Single-Tanzkurs, den Martina für Bianca gebucht hat, um sie von ihren Sorgen abzulenken. Bianca ist dem 44-jährigen Uwe zugeteilt, doch der schießt sich mit seinem Gefummel ins Aus. Lassen Sie mal bitte oben, ja, also. So, das war doch schon ganz schön, dann machen wir mal kurz eine Pause. Also ich glaube, ich brauch jetzt auch mein Päuschen, ne, also. Ich werd jetzt ja so richtig warm. Ja. Man muss es einfach haben, ja, das, dieses Gefühl für den, für den Rhythmus. Aber es muss auch irgendwie passen und irgendwie passt es nicht so richtig, ne. Ja, aber, weißt du, das ist, das geht über die Landesgrenzen hinweg, ja, dieses, dieses Tanzen und, und dieser Rhythmus und, und, komm, ich zeig dir mal. Pass mal auf, komm, da ist, da ist ein, da ist ein so ein Schwung, das würd ich dir gern mal zeigen. Also, vielleicht ein anderes Mal, mir ist es ein bisschen zu viel jetzt, ne. Warst du schon mal in Rio? Rio ist geil. Ne, ich war noch nie in Rio. Letztes Jahr, da war ich beim, äh, beim Tanzprojekt, bei so einem Tanzfestival, ja, und da haben wir getanzt, pass auf, ich zeig dir mal. Ja, aber hier ist es doch was anderes, wir sind hier nicht in Rio. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen weitermachen und machen mal ein bisschen Salsa. Ich glaub, ich geh jetzt mal, ja, also. Oh, da kommt mein Lieblingssong, komm, 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 da will ich dir was zeigen. Ne, also. Das ist total klasse. Schön für dich, aber ein anderes Mal, okay, also. Ja, aber, mit wem soll ich denn jetzt tanzen? Es wird sich bestimmt eine passende Frau finden heute Abend, okay. Also, ich geh jetzt mal, tschüss. Tschüss. Also, das war jetzt nichts mit diesem Singletanzkurs. Ich versteh gar nicht, was Martina an solcher Veranstaltung findet, ja. Also, für mich, ich hab das Gefühl, es hat sich erledigt, und mit diesen schrägen Vögeln will ich nichts mehr zu tun haben. Bianca hat bei der Männersuche einfach kein Glück. Vor allem der Ärger mit der Partnervermittlungsagentur bereitet ihr auch am nächsten Tag bei der Arbeit Kopfzerbrechen. Seit die Verkäuferin ihren Anwalt eingeschaltet hat, verhält sich die Agentur auffallend ruhig. Zu ruhig, findet die Witwe. Guten Tag. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ähm, die sind erst mal für Sie. Für mich? Ja. Wie komm ich zu dieser Jahre? Ja, also, darf ich mich erst mal vorstellen. Ich bin der Rolf, und ich habe ihr Profil auf der Seite von der Agentur endlich zu zweit gesehen. Und da wollte ich einfach mal vorbeikommen, und... Ne, also, mit der Agentur möchte ich nichts zu tun haben, und die möchte ich auch nicht. Okay, aber... Wollen Sie mir nicht vielleicht doch noch eine Chance geben? Ich meine, ich bin ja extra hergekommen, um Sie kennenzulernen. Und... Also, das hat wirklich nichts mit Ihnen zu tun. Sie sind ein ganz netter Mann, und Blumen, da freut sich jede Frau, aber... Ich kann das nicht annehmen. Ja. Ist aber nichts persönliches. Ist nichts gegen Sie, ja? Okay. Wissen Sie, ich lasse die Blumen mal hier, und, ähm, ich lasse auch meine Karte hier, da haben Sie meine Nummer, und... Vielleicht überlegen Sie es sich anders. Ich meine, wir können die Agentur da komplett rauslassen. Ich meine, vielleicht... Also, ich habe da wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Partneragentur, und, ähm, es hat wirklich nichts mit Ihnen zu tun, ja. Vielleicht überlegen Sie es ja doch anders, und... Ja, hier ist meine Nummer, den Blumenstrauß lasse ich auch hier, und... Ich wünsche Ihnen doch einen schönen Tag trotzdem noch. Wünsche ich Ihnen auch, ja. Bist du wahnsinnig? Du lässt so einen Typen laufen? Voll der Gentlemen mit Blumen. Ja, der Typ ist ja ganz okay, aber der kommt von dieser Agentur, wo die Rafaela dahinter steckt. Ach, Mensch, Biaga. So schnuckelig Kälte, die nimmt mir mit. Ja, aber du weißt doch, der Anwalt hat mir explizit gesagt, Frau Müller, lassen Sie die Finger weg von einem Date, alles, was von dieser Agentur kommt. Also, es geht nicht. Ja, ist okay. Vielleicht hast du recht, aber eigentlich auch mein... Aber weißt du was? Ja. Eine ganz geile Idee, das wollte ich nämlich erzählen, bevor dein Prinz reinkam. Ui. Was denn? Was hast du jetzt schon wieder vorfacht? Nein, 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 nichts Stressiges. Weißt du, was wir machen? Ja. Ich habe uns angemeldet zum Single-Dinner. Wir sitzen mit schnuckeligen Kerlen beim Essen, unterhalten uns gut, schlemmen ein bisschen. Das wird bestimmt geil. Und da ist bestimmt jemand dabei. Ich bin around the world tonight, I can't find my baby, I don't know. Ihrer Freundin zuliebe nimmt Bianca abends an dem gebuchten Single-Dinner teil, das sich als Speed-Dating entpuppt. Doch das hätte sich die Witwe auch sparen können, denn Rosenkavalier Rolf geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Ihre Dinnerpartner hingegen langweilen sie fast zu Tode. Hallo, mein Name ist Marcel. Schön, dass ich endlich mal die Gelegenheit habe. Ich bin Bianca. Hallo, ja. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für sowas hier, also meine Mutter hat mich hergeschickt, muss ich dazu sagen. Ich bin eher so der häusliche Typ, wohne auch noch bei meiner Mama. Sorry, was bist du noch mal für ein Typ? Nee, eher so der gemütlichere, also so schöner Fernsehabend zu zweit, auf der Couch, zu Hause, mit ein paar Schnittchen. Du, sorry, ich muss mal oben an die Luft. Ja, gerne. Bianca, Süße, was ist denn los? Amüsierst du dich nicht, oder was? Nee, du, ich hab einfach nur Pech. Ich hab voll den Spaß. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich denk die ganze Zeit auch an diesen Rolf, weißt du? Der heute da war. Ja, das versteh ich. Das ist ja auch ein Kavalier all der Schule. Aber weißt du was, ich glaub, ich geh jetzt auch nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr auf diese schräge Vögel da unten. Jetzt komm, der Abend fängt grad erst an. Jetzt wird's erst richtig schön da unten. Nee, Süße. Sondern nicht gehen. Mach mir bitte einen Gefallen. Hol mir bitte meine Handtasche und meine Jacke. Und ich warte auf dich, steh da vorne und dann bringst du's mir einfach. Jetzt ärzthaft, oder was? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Das ist mir zu blöd da unten, echt. Na ja, gut. Also ich bring's dir gleich. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Also das Essen war ja ganz gut. Aber die Tischgespräche waren der reine Horror. Also diese Events, die sind einfach nicht für mich gemacht. Und ich versteh auch nicht, was Martina so an diesen Smalltalks da findet mit so wildfremden Menschen. Na ja gut, jedem das seine. Eine Woche später verbringt die Witwe mit Tochter Vicky und Freundin Martina einen Frauenabend zu Hause. Völlig überraschend wurde eben ein Blumenstrauß für Bianca abgegeben. Der Absender Rolf. Der Berliner muss ihre Adresse von der Partneragentur haben. Echt, da schickt er dir Blumen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Blumen gekriegt hab. Wie aufmerksam. Ein richtiger Kavalier von der alten Schule. Ach ja, wirklich. Solche Männer gibt's ja gar nicht. Ein richtiger Rosenkavalier, ne? Absolut. Ja, und die Betonung liegt auf Kavalier, meine Liebe. Ey, Mama, du lässt dich doch nicht von so'n bisschen Grünzeug bezirzen. Das geht da schon sehr los. Ach Vicky, du bist so was von unromantisch, ja. Und dieser Rolf, der scheint ja wirklich ernsthafte Interesse zu haben. Ich sorg mich bloß um dich, Mama. Hast du schon vergessen, was der Anwalt gesagt hat? Vicky, du brauchst dich um mich nicht zu sorgen. Und du brauchst auch keine Angst zu haben. Ähm, dieser Rolf, der hat ja auch wirklich, der macht einen so tollen Eindruck und einen ehrlichen Eindruck auf jeden Fall. Ja, das find ich auch. Und ich denk auch, du solltest dich mit dem treffen, weißt du. Vielleicht hat er nämlich die gleichen Erfahrungen gemacht wie du mit der Agentur. Und du hältst dich mal ein bisschen mit dem. Und vielleicht könnte der Raffaela vielleicht so ein bisschen in die Karten gucken. Weißt du, retten muss man mit den Leuten, retten. Ja, also weißt du was, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaub, ich ruf jetzt mal den Rolf an und ich werd mich mal mit dem treffen. Ey, ich hab ein super gutes Gefühl und ich denke, dass du richtig liegst und das könnte der richtige Mann für dich sein. Ich denk auch, du solltest den anrufen. Wie kann man denn so bescheuert sein? Wer von euch ist eigentlich die Blödere? Sag mal. Nach allem, was passiert ist, würd ich mich doch nicht mit so nem Kerl von der Agentur treffen. Später kriegt sie noch davon Wind und meine Mutter kriegt ne fette Rechnung. Ey, meine Mutter ist so blauäugig. Nach allem, was passiert ist, müssten wir ihr doch die Alarmglocken schellen. Aber nein, sie kriegt ein paar Blümchen und alles ist wieder gut. Bianca überhört die Warnungen ihrer Tochter und verabredet sich gleich für den nächsten Tag mit Rolf in einem Café. Die 42-Jährige weiß, dass sie mit dem Feuer spielt. Schließlich hatte auch der Anwalt dringend davon abgeraten, sich mit einem Mann von der Agentur zu treffen, weil sonst der Vertrag Bestand hat. Doch Rolf kann alle Zweifel der Witwe beseitigen. Was das hier angeht, also vertrau mir, glaub mir, ich werd denen auf jeden Fall nichts erzählen von uns hier, von unserem Date. Glaub mir. Also wirklich, also ich bin sowieso auch nicht so gut mit denen und hab von denen auch noch nichts ordentliches vermittelt bekommen, woraus was geworden ist. Ich werd meinen Vertrag da auch zu nehmen. Also ich vertraue dir irgendwie und ja. Ja. Das ist schön. Und? Ja. Ein bisschen Gänsehaut. Ei, ei, ei. Magst du meinen Keks? Ähm, ja gerne. Ja, hoppela. Willst du auch mal probieren? Ja. Ein bisschen schüchtern, Entschuldigung. Ja, das war jetzt auch nicht so geplant, sag ich mal von mir, aber ich fand's jetzt auch nicht so schlimm, also so verkehrt. Also, weißt du was? Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir uns beim ersten Date gleich wissen werden, aber... Ich hab das Gefühl, dass die Chemie total stimmt, ja? Und ich bin so froh, dass er nicht aufgegeben hat. In den folgenden Tagen verbringen Bianca und Rolf jede freie Minute miteinander. Doch das junge Glück ruft auch Skeptiker auf den Plan. Biancas Tochter Vicky traut dem neuen Freund ihrer Mutter nicht über den Weg. Sag mal, Vicky, kannst du nicht anklopfen? Ey, das Wohnzimmer ist ja wohl noch für alle da. Sag mal, wie sprichst du mit mir? Und was ist eigentlich mit dir los in der letzten Zeit, ja? Also, komm Rolf, lass uns bitte in die Küche gehen. Ey, den Typen krieg ich noch dran. Der bescheißt meine Mutter doch von vorne bis hinten. Ich spür sowas ganz genau. In Berlin befürchtet Vicky Müller, dass der neue Freund ihrer Mutter ein falsches Spiel treibt. Denn ihre Mutter Bianca liegt im Rechtsstreit mit einer Partnervermittlungsagentur, weil sie von ihrem Vertrag zurücktreten will. Nun befürchtet Vicky, dass Rolf ein Köder der Agentur ist. Doch die 20-Jährige braucht Beweise. Ey, ich glaub ich spinne. Was machst du da mit meinem Handy? Schnüffelst du da rum, oder was? Mit Schatzi ist wohl nicht meine Mutter gemeint, oder? Gib das Handy her! Sag mal, was ist denn hier los? Deine tolle Tochter schnüffelt hier in meinem Handy rum, ich glaub ich spinne. Und dann seiner Freund telefoniert hinter deinem Rücken mit Schatzi. Sag mal, was machst du denn die ganze Zeit? Spinnst du? Hast du sie noch an, in seinem Handy rum zu schnüffeln? Ich hau rein, sorry. Aber wo willst du denn hin, Rolf? Ich gehe jetzt, tut mir leid, ich tu mir das ja nicht an. Die schnüffelt da in meinem Handy rum, das geht nicht. Bitte bleibt hier, Schatz, bitte. Das wird sich alles aufklären, okay? Nein, okay. Weißt du, ich hab das Gefühl, sie ist so mies trauisch wegen dieser Agentur da, weißt du? Ja, es tut mir auch leid für euch, aber das ist nicht mein Ding, okay? Kommt ihr damit klar? Ich gehe jetzt, ja? Also, tschüss. Sag mal, hast du sie noch alle an deinem Handy rum zu schnüffeln? Ey, Mama, der hat mit Schatzi telefoniert und deine Nummer war's nicht. Das ist doch Beweis genug. Das ist nicht deine Sache, aber weißt du was? Du gehst jetzt den ganzen Abend in dein Zimmer und ich will dich hier nicht mehr sehen. Tschüss! Scheiße! Das, das, das gibt's doch nicht. Das, 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 das gibt's doch nicht. Ah, nee. Da schnüffelt Vicky an seinem Handy rum, ja? Das geht überhaupt nicht. Kein Wunder, dass er jetzt sauer ist. Nein. Vielen Dank.